Herzlich willkommen zum Schulungsvideo Rollstuhlslide. Mein Name ist Beate Peddinghaus. Ich bin Krankenschwester und Trainerin für ein Bewegungskonzept. In diesem Konzept ist mir ganz wichtig, den Menschen unter Reduzierung von Sekundärkomplikationen zu bewegen und für uns selber rückenergonomisch korrekt zu arbeiten. Das Rollstuhlslide hilft uns Menschen im Rollstuhl, Mobilisationsstuhl leichter nach hinten zu bewegen, aber er kann nicht mehr nach vorne rutschen. Das heißt, das Produkt liegt mit einer Seite auf der Sitzfläche der Stühle, Rollstuhl oder Mobilisationsstuhl. Es besteht innen aus einer Fallschirmseide und ich nenne es immer so einer Art Klettverschluss. Das heißt, in Pfeilrichtung, die ist auf der Außenseite, in Pfeilrichtung ist das Produkt beweglich und entgegen der Pfeilrichtung stoppt es. Das heißt, in diesem Fall kann der Bewohner leichter nach hinten bewegt werden, kann aber nicht mehr aktiv nach vorne rutschen. Pfeilrichtung,